einen wunderschönen da bin ich auch wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt wie ihr gesehen habt super hot mine control ich weiß gar nicht ob ich jetzt mein safecam von super hat auf die neue konsole übertragen habe wir hatten ja super schon mal angespielt etwa ein cooles spiel das ist wie immer soll man dort immer so und immer vorher glaube ich damals hatte ich noch vorher musste gleich reingeschmissen wollte ich doch so gesagt so so Okay, jetzt hat sie mich erwischt. Okay, jetzt geht's. Mist, hätte mich trotzdem erwischt. Jetzt hat er mich erwischt. Ihr dürft euch nämlich nicht zu viel bewegen, weil beim Bewegen... Okay. 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 Got you. Okay. 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 Schütz, komm mal hier, oh, jetzt, naja, gut. Das ist ja nett, dass du mal antworten. Ich nehme auf. Ah, ich bin tot. Ah, Mist. Ah, Mist. Oh, ich habe den nicht richtig besiegt oder was? Ich brauche das Messer noch. Ich brauche das Messer noch. Oh, ich meine, ich brauche das Messer noch. Ah. Das ist ja gut. Das ist natürlich toll. Ich brauche das für mich, wenn ich dich. ich muss jetzt links laufen damit er auf mich schießt es Okay. Das war's. 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 Mal gucken, ob da was kommt. Das war's. 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 Super! Super! Hulk! Super! 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 Ich bin tot! Ich hab' die mit dem Katana hinter mir nicht gesehen! Da war doch aber noch einer. Wenn ich gut bin, kriege ich hier Hex, die kann ich mir aussuchen. Okay. 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 Das ist definitiv. Super. Halt. Ich bin tot. Halt. Ich bin tot. Super. Halt. Super. Halt. Super. 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 Halt. Super. Halt. Super. 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 Das ist hier so ein Knoten voran, okay. Super! Halt! Ich weiß nicht so schnell. Oh! Super Halt 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 Super! Halt! Hm. Super! Halt! Wir sind jetzt bitte 31 Minuten. Wir sind jetzt bitte 31 Minuten. Oh! Ich würde sagen, wir machen jetzt ja auch immer einen Fluss. Wir wollen ja auch nicht hier drei Stunden spielen. Soll ja nun angezockt sein. Oh! Es macht immer noch Spaß, überhaupt. Hat es teilweise auch in sich. Und die Erweiterung war, glaube ich, sogar für die Leute, die Superrot haben, in der ersten Zeit war, glaube ich, gratis. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich hatte davon irgendwas gelesen. Ich spiele gerade über den Akkord meiner Tochter. Ich habe es mit meiner Tochter geholt, weil die das unbedingt haben wollte, weil ihr Bruder das auch hat. Ja, ich finde es gut. Also, die Grafik ist jetzt halt weiß mit roten Männchen, ja. Aber trotzdem, es macht unheimlich Laune und man muss auch ein bisschen strategisch vorgehen und so. Also, ich finde es toll. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich bin dann jetzt erstmal wieder weg. Wir sehen uns im nächsten angezockt. Oder was weiß ich. Bis dahin, Ahoi. Seht euer Rudi. Wir sehen uns beim nächsten Mal.